Hasta Prasarana Muktasana. Setze dich auf den Boden und gib die Unterschenkel voreinander, Füße berühren, Unterschenkel und von hier ausgehend gib die Arme zur Seite, was Hasta Prasarana ist, die Arme weit zur Seite, ausgebreitet, Handflächen nach oben, öffne dich für die Segenskraft, die Kraft des Himmels. Wenn du willst, kannst du auch noch Brustkopf stärker wölben, Kopf leicht nach oben öffnen und die göttliche Segenskraft willkommen heißen. Hasta Prasarana ist eine schöne Sache zu Beginn der Meditation oder auch in Dankbarkeit nach einer besonders schönen Meditation.